Ja, wie viel Zeit habe ich mein Handy in der Hand? Ich muss zu meiner Verteidigung sagen. Ich arbeite mit dem Ding. Man darf nicht vergessen, das ist mein Arbeitsgerät. Ich arbeite mit meinem Handy. Ich arbeite ja auch mit meinem Handy. E-Mails. Was sagen alle, ne? Ich schneide dann meine Videos. Tiffany mit meiner Agentur. Ich habe meine Drehbücher darüber. Hör auf zu lachen, ist wirklich so.